Das ist ein Schlapper. Oh, oh, ich glaube, ich sterbe jetzt. Ja, wird wohl der Fall sein, denn ich habe jetzt gerade eine Nuss ins Gesicht gekriegt. Und eine Kakteewand. Schade, voll die Nüsse ins Gesicht. Hallöchen Leute, willkommen zu meinem PVZ-Garden Warfare Part. Ich spiele heute den Cricketstar, der wurde sich von... Nein, nicht den Kommentar, der wurde sich von Jakob Haufler gewünscht. Hier, sagt er weg und der Outlaw spielt. Den Maler, der wurde sich von dem Oliver Graf gewünscht. Von dem Oliver Graf, okay. Wie gesagt, ich bin der Ohrgott. Nö, 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 nö. Du bist der Ohrgott. Ich bin mit dem Allstar nicht so wirklich der Beste. Jetzt bin ich im... Hä? Den habe ich nicht wegbekommen. Also, ich weiß nicht, wie das gerade passiert. Ich bin stand vor einer Mauer und bin in das Stachelkraut hinter der Mauer reingekommen, irgendwie. Okay. Ja, muss ich mich unterfragen. Jetzt noch der Bug, it's a feature. Ja, wurde zum letzten Patch hinzugefügt, dass man jetzt durch Wände laufen kann. Richtig. Jetzt kannst du nur dazu bekommen. Und wer meint, das ist ein Bug, der soll erst mal seine scheiß Fresse halten. Dann komm, es ist nämlich, Larm. Ja, ich schwöre, ey. Schwöre, ey. Ich bin einfach mal ganz 13, boh, wieder den Teleporter auf, weil ich so 30 bin. Komm, welche... Ach, da hinten schon, da kommt noch gar keinen Kill. Hatte, was muss ich mal gerade ändern? Äh, ich habe eine. Warte, Achtung. Du hast einfach keinen Kill und bist trotzdem erst, dann ist es nicht toll. Na, warte, ich komme mir an eine Kill gerade. Na, warte, vielleicht, vielleicht jetzt, nein, 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 doch nicht. Schade. Hätte, hätte da sein können. Ist egal. Probieren wir es erneut. Ich muss mal hier mal einen Killer einfallen, das geht ja gar nicht, dass ich in den Kills auf eins bin. Die lebt doch bestimmt noch, die hat doch keiner weggeholt. Ey, what the fuck? Aha, muss ich mal sagen, kann das nicht sein. Ähm, ich hoffe, jetzt mal, bei mir passt das auch jetzt mit der Lautstärke hier. Genau, stimmt, die Idee. Ach, mein Gott, der Typ ist ja geil. Ich geh einfach mal in die Drohne rein, dann kriegst du einen Schimpfenkill. Der Typ ist ja geil. Der Typ ist cool, der kann ja sein... Siehste, zack, direkt ein Kill. Ha, siehste, so geht das. Obwohl es einfach nicht braucht, seine Features zu benutzen. Ich stehe hier ein besonderes Jahr. Komm auf, Alter, Lan. Lässt du die Erbse bitte in Ruhe? Danke. Äh, das ist meine Erbse, Manu. Komm, ja. Ach, Mann. Alter, ey, ihr seid voll am Vernichten hier. Ja, wir sind halt die Besten. LOL. Schau mal, wo ich bin. Noch schon wieder kein Kill, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn hier los? Schau mal hinter dir, hi. Was, wo, ich seh dich nicht. Ich schieh, ich schieh's grad auf dich. Ach, da oben. Ja, du, you are a genius. No matter what they say. Ey, hallo, ich lass mir doch mal einen Kill hier. Ja, na endlich. Mein Gott, hat er nur ewig gedauert. Was schlimm hier. Lass mir jetzt einen Kill. Ich lass mir mal einen Kill. Ach, Alter, du hast, das ist der Cocktail. Ey, wieso ist der Teleporter noch nicht gebaut? Was ist das für eine Pfeife? Eine gute Pfeife. Ja, ja, ich seh's. Eine gute Nudel. Ich bin aber keine gute Nudel. Ja, ja, ja. Spongebob ist echt so eine tolle Sendung. Ich bin heute nur für den Teleporter da, Leute. Nur für euch. Das ist eine Teleporter-Runde. Na? Ich räum' aber grad ab, dafür, dass ich mit Alters Scheiße bin. Wie? Was spielst du denn nochmal? Den Crickets da, ne? Cricket, genau. Das ist doch kein Wunder. Das ist eh einer der Besten. Ja, trotzdem. Mit dem... Ich hab bis jetzt, glaub ich, wirklich noch nie mit dem gespielt. Also bestimmt schon irgendwann. Sollst du's nochmal ändern. Aber noch nicht. Weil der echt genial ist. Der ist echt tüftet. Ja, ich hab einen Kill gekriegt. Juhu. Heute freu' ich mich um jeden Kill, ey. Alter, wie tief bin ich gesunken? Ich freu' mich über einen Kill. Sonst hau' ich dir einen nach dem anderen raus. Total tief gesunken. Ja, echt. Weil er sich über einen Kill freut. Oh nein, 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 nein. Irgendwo hier ist noch ein Schnapper. Da. Nutsch. Schenk' ich dir. Das ist noch ein Schnapper. Marc, kann jetzt mal weggehen? Ein Scham-Upper. Ein Scham-Upper. Nein! Nein, ich will den bauen. Ach, verdammt. Ein Scham-Upper, ja. Der Scham-Upper. Der Ab-Scharam. Ja, du bist ein Genie. Okay, du warst ein richtiges Genie. Du, mein Erbsenagent, muss ich sagen. Besser hätte man die Bohne nicht werfen können. Die Bohne ist hier explodiert. Hier, hier, an dem Punkt. Moment. Er war der Profi schlechthin. Jetzt zeig' noch mal, wo. Ja, also die Bohne ist dann hier explodiert, ne, an dem Punkt. Ah! Einmal so gerietestes hier. Ja, die Bohne ist dann hier explodiert und hat dann... Oh Gott, oh Gott, hilf mir mal bitte kurz. Nein! Es ist kaum ein bisschen spät. Ja, tut mir leid, aber ich habe ihn noch gekillt. Ja, ich habe Kill. Ja! Ich lieg' so über dir. Warte mal. Oh, nice, Leute, habt ihr den Schuss gesehen? Der war ja mal genial. Also man merkt, wir sind wieder... ...drone voll weggeknobelt, ey. ...aufgedreht hier. Aua! Aua! Ah, ich will nicht sterben. Und? Arschkick! Einfach mal hier. Drone Power. Du steuerst gerade ganz extrem, wollte ich dir nur mal sagen. Ja, ich schaue auch gerade ein bisschen über mein Mikro. Geht's jetzt wieder? Ja, jetzt geht's gerade wieder. Okay. Wollte mal sagen. Jetzt hast du es raus. Die... Ich weiß nicht, ich habe die die ganze Zeit gesucht. Ich finde die nur nicht. Mein Mikro rutscht wieder runter. Durch geht's! In meine Hose. Hey, ab in den Garten. Und wir drehen. Feuern. Oh nice. Das war ein Lucky Shot. Hallo mein Lieber, wie geht's dir? Du langst immer ein Lucky Shot. Zack, wieder ein Kill. Oh, ha. Oh, Outlaws, wieder am Abstauben hier. Oh, ich bin vor der Abstauber hier. Ist dein Abstauber? Ist dein Abstauber? Nein. Wiedersehen. Wir synchronisieren uns wieder. Na los, nimm mal einen da. Na also. Den... Den habe ich echt nicht bekommen. Aha. Nein, du Arschloch. Ich will den bauen. Na, verdammte Scheiße. Der eine ist schneller. Verdammt. Na, egal. Ah, komm. Weißt du, immer wenn ich einen killen will, da kommt irgendeine Missgeburt. Schießt einmal drauf und... Kommt den. Missgeburt hier? Lunge. Lunge. Junge. Lunge. Ja, klar. Wie ich die voll getroffen habe, die Drohne, willst du mich verarschen? Ja, geil. Geiler Flugkollege, muss ich schon sagen. Oh, hi. Na also. Na, kleine Hubi. Hubschrapp. Da, Hubi. Guck mal, als meiner kannst du sogar die Drohnen wegholen. Voll genial, äh. Ja, als Allston nicht. Ja, nein, das geht absolut nicht. Das ist vollkommen möglich. Ich bekomme nicht... Die Knorett und alle den Telekorder. Gut, ja. Der Tipp der Behinderung, der schießt immer die Säule. Okay, hatte nicht. Ja, aber... Entschuldigung, ich bin auch nicht Jesus. Oder? Was ist das für gekoste Teil hier? Überlebt das bitte oben. Oh, der schießt. Nein! Oh! Wie wir die hier voller Vernichten sind gerade. Ja, und ich steppe einfach durchgehend. Los, komm. Nehmt ein. Nehmt ein. Ich will den Teleporter setzen. Bekommt ihr das in den nächsten acht Sekunden noch hin, oder? Das ist, glaube ich, die erste Runde, die wir zu früh beenden und dann noch den zweiten Part hängen müssen. Glaube ich. Also die erste, erste Runde. Ja. Wir sind nämlich gerade... Wir sind nämlich bei sieben Minuten. Ich hab aber sieben Minuten her. Das kann doch nicht sein. Oh nein. Oh nein. Nein. Hohoho. Mann! Was schießt hier hoch? Was bist du hier am aufregen? Was los? Was ist die Problem? Du musst dir die Folge einfach anschauen. Das ist... Das ist wieder so eine Folge. Ja, nimmst du jetzt eigentlich mit Cam auf, oder nicht? Was? Nimmst du jetzt mit Cam auf, oder nicht? Ich habe noch keine. Man hört mir nie zu... Das wäre doch gerade gesagt, du nimmst jetzt mit Cam auf, jetzt immer auf. Ah! Wenn ich einen hab. Da hab ich gar nicht drauf gar nichts. Ich habe die 200 Abonnenten erreicht und... 200, ja, Gratulation. Deswegen werden meine Videos noch hässlicher. Für meine Fresse. Ja, da will ich dir jetzt mal grundsätzlich nicht widersprechen. Ja. Outlaw ist ja schon ein netter Junge, ne? Oh, da lebt er noch mehr! Ich will... Ich mein, ich will ja nicht widersprechen, wenn du recht hast. Die Facecam fällt ja echt noch. Dann könnt ihr mich so rumragen, sehen. Dann meint ihr, ich bin ein Epileptiker, mich hier rumzappelt. Entschuldigung, nix gegen die Epileptiker, Epileptische... Epileptiker, Epileptiker, ja. Epileptiker sind ganz heig tolle Leute. Du bist auch so ein epileptischer Epileptiker. Immer doch. Okay, der Typ hat irgendwie... Null Reaktionszeit oder ein Gehirn. Also nur ein Gehirn. Nicht Null Reaktionszeit oder ein Gehirn, das wäre ein bisschen unlogisch, ne? Ey, wie viel ist das jetzt? Wollen ja auch hier realistisch bleiben. Hallo? Nein, nein, nicht schon wieder von dir! Voll. Der kommt ein bisschen rumgebackt, hat der. Das ist ein Schnapper. Oh, ich glaube ich sterbe jetzt. Ja, wird wohl der Fall sein, denn ich habe jetzt gerade eine Nuss ins Gesicht gekriegt. Und eine Kaktee-Wand. Schade, voll die Nüsse ins Gesicht. Belassen wir es mal bei der Aussage, ja? Hier hinten sitzt immer noch eine Erbsen, ne? Falls du mir helfen willst, vielleicht. Obwohl ich dann wahrscheinlich hier wieder rumhole, dass du mir den Kill geklaut hast, haha. Das ist alles tot, guck mal, guck mal. Das sieht wieder keiner, ne? Guck mal, das muss ich wieder machen, hier, ne? Zack, da war nämlich noch eine Miene. Zack, dir hat wieder keiner gesehen, ne? Ja, da läuft doch jeder lang. Das ist übrigens eine... Ich weiß, ich habe es gesehen. Nein! Ich stelle extra noch ein Schild hin, damit die... Damit die... Ich bitte, die truppe mich jetzt nicht. Damit die Nuss keinen trifft und einer rennt einfach vor das Schild und lässt sich extra abschießen. Nein, 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 nein. Scheiße. Warte. Da flucht's. Bist tot? Ja, ich bin tot. Und nehm ich dich grad wieder? Nö. Hallo? Jetzt. Jetzt. Aber jetzt müssen wir auch nichts, wenn da die anderen zwei den Teleporter gerade eh setzen. Ja, hier ist grad ein bisschen... Ja, okay. Das ist egal. Fress jemand anderen. Fress nicht mich, fress die anderen. Fress nicht mich. Ah, das ist Hubi. Ich habe einen Soundbug. Bei mir kommt dauernd das, ähm, der Sound für des Dingens hier, für die, ähm, das Kraut. Ach, das Kraut, ja. Hier für das Kraut. Was macht das jetzt? Oh, das ist so... Dafür, dass wir die so überrennen, haben wir auch nicht recht viele Punkte, ne? 10.000? Doch. Doch, 10.000. Weg da, weg da, weg da. Kollege, Mann. Mal, verpiss dich, hallo. Ich fehl hier. Versuch es einfach mal durchzurennen. Kriegst wahrscheinlich auch hin. Die... Hauptsache, ich bin jetzt endlich mal tot und der Sound ist endlich mal weg. Das wäre nett. Muss ja nur sterben. Weiß ich nicht. Musst du ja nur sterben. Oh, drei Leute, die checken. Der ist nämlich echt nervig gewesen. Dauer auf dieser Sound, wenn du, wenn du ins, äh, ins Kraut reinläufst, ist scheiße. Ach ja, das ist mal ein schöner Austausch. Er wirft ne Bohnen auf mich. Ich krieg den Wicht über die Bohnen auf ihn. Töt uns gegenseitig. Das ist doch geil. So muss das sein. Ja. Genauso. Nur wenn eine Bohnen diese Ansprüche erfüllt, ist es ein BMW. Ne. Nur eine... Ich weiß nicht mehr, von welcher Marke das war. Eine rote Bohnen ist eine gute Bohnen oder wie. Keine Ahnung wie. Knappe. Bin ich Kaffeebohnen-Experten? Das ist manchmal eine Kaffee. Bin ich behindert? Also keine Ahnung. Du hast halt heute einfach einen behinderten Tag. Ja, heute ist gut. Durchgehend. Und... Tackle. Ich bin festgefroren. Tackle. Hallo. What the fuck, Junge. Ich... Ich hab mir irgendwie schon gedacht, dass da eine Mine liegt. Aber ich bin aber trotzdem durchgetackelt. Ja, ist egal. Oh ja. Hier ist ein Vogelbart. Da ist nicht mehr Wasser drin. Na, die armen Vögel. Ja, lass mal Popcap verklagen, weil die die Map nicht richtig gemacht haben. Guck mal, ich lauf da sogar noch rein. Guck mal, siehst du meine Drohne? Oder so ist sie? Und wie ist meine Drohne? Ach, da oben. Da, na, na, na. Der Stombe. Yeah! Woo! Hör mich! Wow! Oh ja. Cooler Drohnenflug. Auf jeden Fall. Das müssen wir auch mal hinbekommen. Dass einer auf der Drohne steht und wenn er seine Moves ausführt. 15.000. Ich weiß, bitte. Oh, das war zu kurz. Ich glaube, wir machen noch eine Runde hinterher. Jupp. Die ist, glaube ich, nicht lang. Etwas kurz. Ich habe meine präzisen Angaben hier. Die ist, glaube ich, nicht lang. Ja, dann. Komm, egal. Machen wir mal nächste Runde. Bis gleich dann. Hi. Immer weg. Und willkommen. Danke. Nee, nee. Ich leff gleich wieder. Tschüss. Outlaws gemeinsam. Ich will hier vorbei, Mann. Ich will hier wieder vorbei. Nee. Werd ich direkt wieder angemotzt. To my Teleporter. Meiner, 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 meiner. Und wir klauen, oder auch nicht? Scheider nicht immer so. Du übersteuerst immer voll. Ich weiß. Ja, weil ich spreche immer nicht. Full extreme all there. Er ist noch meiner. Hör weg. Hilfe mich. Gut. Danke. So, diesmal ging es mit dem Kill schneller. Alter, von da unten schießt der mich an. Ich glaube, es hat sich an. Ja, schon im Garten drin, ne? Also das, äh, die Leute sind gut. Ich hab mir mal gerade eben auf Stufe 3 aufgebaut. Klappt er mich tot. Okay. Aber vier Kills schon. Das ist, äh, ist ja gut. Das hat sich gerade im ersten Moment direkt so angehört, wie das jetzt gesagt hat. Ich hab grad Fick-Kills. Ja. Ich hab grad Fick-Kills. Zitat Outlaw. Oh, scheiße. Ist schon mal aufgefallen, dass die Plasma-Erbsen-Munitionskugeln, die fliegen, immer so einen komischen, äh, so einen Schwung machen. Du stirbst jetzt, ne? Ja. Soll ich dich wieder belegen? Weil mal wieder, weil mal wieder die Erbse, die, die Bohne kein, äh, Geräusch gemacht hat. Alter. Ich hasse es, wenn die, wenn die, äh, verbuggt ist. Zum Kotzen. Zum Kurzen. Nicht zum Kurzen, zum Kotzen. Die wollte ich jetzt wegholen. Verdammt. Na, da bin ich tot. Dann, ähm, ähm, zwei Kills. Ja, gut. Also. Er ist, er ist schon gut. Aber respawn nicht. Ich bin dir schon gewonnen. Ah, Autobahn. Geht doch mal weg, Leute. Meine Güte. Meine Füße. Da war eine Herze. Nicht keine Füße, sondern meine Güte. Beleb mich doch nicht wieder. Oh. Teleporter bauen. Meiner, 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 meiner. Aber ja, das ist gut. Ignoriert die, Leute. Ignoriert die, Leute. Ja, ja. Ja, ja. Ja, das gehört. Ja, nur hier, ja. Ohne Scheiße, Alter. Ah, nein. Jetzt bin ich gestorben, weil ich neben mir stand, dass du pfeife. Hä? So, shit. So, sondern niemand anders. Nee, du meinst mich. Ich glaube, wenn du das so sagst, dann ist es halt so. Hab immer recht. Da! Nimmst du jetzt ein Kill. Ich dachte, du hast schon vier Kills. Ja, von hier so. Ich hab grad in ne Menge reingekickt. Bitte keinen Buchstaben jetzt durch ein F ersetzen. Danke. Ja. Ich glaub, auf dem Dach ist wieder ne, ähm, Erbse. Verfickte Drohne da oben, Alter. Oh, lol. Da ist noch irgendwo ne... Mal, können jetzt mal weggehen. Oh, zwei Kills. Irgendwo noch ne Erbse. Ah, wieso? Mann, Leute. Muss ich denn immer auf alles achten? Ich... Manchmal verlasse ich mich ja darauf, dass die Leute alles wegholen von hinten. Weil ich Ingenieur bin. Steht dann auf dem Dach, oder? Aber nö. Da hinten ist doch irgendeine verfickte, blöde Erbse, die alles hier wegholt. Ich flipp aus. Oh, was ist das? Ohne Scheiß. Ja, wo stand die? Ich hab die vorhin schon gesehen. Ich wusste... Ah, da hinten. Ja, sie ist jetzt weg. Jetzt hab ich's selber getan. Ist gut. Was war ich hier? Ich hör mal seinen Blumen stöhnen. Immer dem stöhnen folgen, Leute. Immer dem stöhnen folgen. Dann ist alles gut. Mich verarschen da oben. Ich glaub, es hackt. Weg hier. Lieber wenn man zum Kind redet. Geh mal weg hier. So mit dem Handrücken wegwischen. Na klar, muss, ne? Und tschüss. So, das Dach ist jetzt aufgeräumt. Endlich. Was wichtiger ist, der scheiß Garten ist immer noch nicht leer. Ich mach mal grad die ganzen Bambusviecher mal weg. Bambusviecher? Ja. Ja, Bambuswum, mein Gott. Was ist das? Da hinten steht... Warum steht die da hinten? Weißt du, die steht einfach hinten auf diesem komischen Leuchtturm. Die reicht da doch nichts außer dem Garten. Und im Garten war bis jetzt auch keiner. Ich kann richtig gut snipern mit dem, ne? Irgendwie. Irgendwo hier ist noch eine MG-Erbse. Ich schieß keinen Teleporter ab. Wo war... Wo ist die? Dein Teleporter ist kaputt. Wo steht die? Ich hab keine Ahnung. Hä? Der Winkel war von da oben. Von da? Ah, nee. Ah, das war die auf dem Dach. Okay. Okay, sex. Man, ist voll in der Luft erwischt. So, komm, jetzt lass mal da mal reinlaufen. Komm. Jupp. Bis hinter mir. Loll. Oder weniger. Ich bin sogar zufrieden. Mann, ich... Ich weiß nicht. Ich laufe einfach nur rein. Ich bin einfach schon direkt... äh, gefiegt. Wiedersehen. Moment, danke. Ich geh mal gerade alleine ein. Ich versuch's zumindest. Nimm auch noch nicht. Ich kann... Ja. Klasse. Direkt die Bohne abgekriegt. Bringt ihr das hin? Ich hab's alleine eingenommen. Ein bisschen. Und... Gewonnen. Ersten haben's geschafft. Okay. Lichtig, da müssen immer die Profis dran. Schon geht das. So, jetzt geht mal weg hier. Kina ist. Auf den Teleporter. Gehen. Vorhin musst du schon diesen Elgato hier umnieten. Elgato? Ja. Der nennt sich einfach nur an der Game Capture Card. Oh, ja. Keine Ahnung, wie der heißt. Irgendwas mit L irgendwas. Das hab eigentlich Elgato jetzt gesagt. Elgato? Wenn man das Moment da so anhört. El-Knazio. Super. Ich sicher komme, dass ich jetzt da wieder drauf bin. Nee. Beleb den... Alter. Hier rennt einer richtig offensichtlich in die Wien rein. Ein Arschloch. Der wird auch noch wiederbelebt. Das ist gut. Also, unser Team, äh... Ja. Ne. Und so. Da hab ich echt noch getroffen. Komm mal, Small. Scheiß Erbse. Wenn die auch noch... Ach komm, die stehen da überall. Wie bist du da hochgekommen gerade? Wie hoch? Komm. Da bist du gar nicht hoch. Ich hab grad deinen Namen nicht gesehen. Wo bist du? Ich muss auch da, okay. Ich bin gestorben. Ja. Ich hab schon gedacht, die standen ja wirklich überall. Ja, wow. Die Raketen waren echt gut gesetzt, Junge. Das ist ne Erbse. Danke. Kannst du dich mal hier verpissen? Mann, Mann, Mann. Ich krieg schaden, weil du neben mir stehst, du Pfeife. Lass mich. Da schenke ich euch. Oder auch nicht. So, zwei Leute weggeholt. Danke. Heilung vielleicht. Teleporter sitzt frei, ne? Ja, ich versuche mal zu kommen. Okay. Nein, nicht zuzukommen. Was weiß ich, dass du dir da an irgendwas Schweinisches denkst? Ach, du denkst nie an was Schweinisches? Nee, das war jetzt gerade ernst gemeint. Ich versuche mal vorbeizukommen. Ich versuche auch auf den Tisch zu kommen oder so. Bitte auf den Boden. In den Garten, nee. Danke, dass die... Oh, nice. Danke, dass die Mert mich mal lässt, ähm. Das ist ein Pak Choi. Ja. Oh, nice. Jetzt haben wir jetzt zwei Schüsse auf einmal abgekriegt, der Dame, Gerle. Also, der Ingenieur ist schon echt ein bisschen unfair. Oh, Alter. Jetzt habe ich aber drei Schüsse auf einmal abgekriegt. Alter, so ein Scheiß. Ja, komm, lass doch über jemanden... Achtung, da kommt jetzt eine Drohne. Richtung Teleporter. Musst du aufpassen. Mit Drohne durch den Teleporter? Richtung Teleporter. Hör mir zu. Wasch deine Ohren. Ja, ich kann nicht hören. Habe ich nicht gelernt. Irgendwo ist doch... Ich habe da gerade eine Erbse gehört. Boah, dann ist einfach wieder diese nervige Sonnenblume. Verpiss dich doch. Chichiki in the one. Stimmt irgendein Anime, den ich nicht kenne. Schau mal, die Animes. Stimmt, ich wollte ja ein Thema ansprechen. Das wird mir sehr sein. Ja, gut. Ähm. Zum Thema... Äh, die Zukunft vom PVZ. PopCap hat jetzt angekündigt, dass die... keine weiteren Updates mehr raushauen wollen, sondern einfach ein neues Spiel entwickeln. Was ich nebenbei bemerkt, sehr scheiße finde. Können sie doch gerne machen. Wieso? Ja, ich habe keine Ahnung. Dass sie PVZ halt nicht weiterentwickeln. Dass sie einfach ein neues Spiel wie PVZ rausbringen und das jetzt hier halt vergammeln lassen tun. Was ich eigentlich relativ unlogisch finde. Können sie zwar machen, das ist ihr Zeug, aber... Ich finde irgendwie logischer... Das ist ja deren Sache, wenn sie das machen. ...dass sie neue Inhalte ins Spiel mit reinpatchen, wie Maps und so weiter. Und statt sie direkt ein neues Spiel rausbringen. Aber gut. Wenn die meinen, dann... Das sollen die halt machen. Gott, man kann nix machen. Das gibt sich den letzten Schuss, der sitzt natürlich nicht. So eine Ticke. Ich habe gedacht, die explodiert. Ich wurde einfach noch von dieser Erbse getroffen, ne? Erlebt mich nicht wieder, ey. Was macht diese... Sonnenblume denn dort? Die ist einfach reingelaufen. Ein Idiot. Hättest du auch weggehen können. Selber schuld. Sie wird einfach wieder von überall angeschossen. Geht da rein. Weggekickt. Wegbekommen. Nein, nein. Da ist ne Drohne. Komm. Haltzambie, Haltzambie, Haltzambie. Hallo, komm her. Komm raus. Noch zwei Schiff, so ich bin weg. Komm raus. Komm raus, wer immer du bist. Heile mich doch jetzt. Danke. Diese Dreckspiecher, ne? Ich versuche mal zu kommen, um den Teleporter zu setzen. Ich versuche es. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich glaube, ich krieg's hin. Ja, ich dürfte gesetzt sein. Komm mir gleich einen Anfall. Ich versuche, dass wir das ein Zombaz hier setzen. Stubz, Sandsdorch. So, möchtet ihr mir eine Heilung stellen vielleicht? Du vielleicht? Nicht? So, jetzt machen wir noch mal eine Lieblingskombination. Alle drei Stufen bauen. Alter, lauft doch jetzt. Ja, komm, bleib mir noch drüber stehen. Das ist ja nicht so, ob da richtig wär, ne? Wie kommt's eigentlich, dass die ganzen Flanz jetzt auf einmal von den zwei Positionen weg sind? Man den beigefragt. Wie kommt's? Ja, die konzentrieren sich alle im Moment... Die stehen sogar schon hinten auf diesem Dach bei jedem Spawn. Lol, what the fuck? Die konzentrieren sich gerade alle auf diesem Balkon. Da rennen auch gerade alle durch irgendwie. Was für die ewig zum Aussuchen, da helf ich dir. Haha, guck mal von hier, Alter. Wie geil, Mann. Ich kann den von hier abschießen. Nice, nice. Ich kann sagen, das ist mal akkursivig genial. Könnt ihr mal bitte laufen? Ich hab grad mal einen gekillt. Da ist ne Mine. Ja, gut, renn rein. Halt dich doch nicht für den Oberschlausen, du Pfeife da oben. Hab mich eingefroren. Geh mal in den Garten. Ah, Mann. Zu dritt hier. Der ist natürlich da oben im MG-Modus drin. What the fuck, ey. Oh, die sitzen alle da oben. Alle. Ja, ist eigentlich ziemlich dämlich, was die machen. Der Typ steht kurz vorm Teleporter und schießt die Teleporter-Abschlussfläche ab. Ja. Willst du hier durch? Ich glaube es sind. Darum steht der immer noch ne Erbse. Da kommt doch seit Jahren keiner mehr durch. Das ist Nummer 1 Raum, weil die Pflanzen viel zu defensiv sind. Man kann die, man kann die nämlich jetzt knacken. dadurch, dass sie nur defensiv gerade sind. Da ist kein bisschen angreifen. Danke. Danke. Hab mich gern gemacht. Boah, ne. Manchmal, ich wundere mich immer, wenn ich mit dem Ultra-Tackling keinen Kill bekomme, wenn ich auf einen draufgehe. Danke. What the fuck, Junge? Wo kommst du denn her? Was sagst du hier? Ziehen wir das? Das könnte schwer werden. Ja, doch. Wenn jetzt alle reingehen, dann... Ach, schade. Was ist mit dem Pflanzen los? Das ist noch. Dann wäre der down gewesen. Egal, dafür killen wir ihn jetzt. Wieder zwei Leute weggekillt. Wir spawnen hier. Gucken, wo der ist. Ach, schade. Der ist schon tot. Renten. Hier ist er. Schade. Alter! Dieses Arschloch da, was ich gerade eigentlich killen wollte. Da oben ist noch wer, ne? Ja, ich weiß. Ich mach zwei. Boah, alter, ich sterbe. Oder doch? Ne, ich schaff's. Vier Prozent. Hätte die gerade recht guter... Ah, die heilen sich ja gegenseitig. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass unsere Soldaten schlau genug sind, um da hochzurennen. Oder du gehst mit der Drohne rein. Ja, ich guck. Boah, ist das ekelhaft. Du kommst aus diesem Tor raus und ist einfach direkt wieder abgeschossen. Ach, scheiße. Die stehen dann noch beide da oben, ne? Beide noch? Ja, die haben sich gegenseitig wiederbelebt. Guck mal. Ich wechsle mal kurz ab dem Super-Kommando. Lass du doch, scheiß auf die. Scheiß auf die, ohne Witz. Scheiß auf die, ich geh jetzt einfach weiter. Wenn unser Team wieder zu unfähig ist, um die zwei Knechte wegzubekommen. Hast du diesen Drecksack mit seiner Gift-Erbse, ne? Ich könnte mal Riesen ins Gesicht schlagen. Ja. Lass mal auf den Healer gehen und jetzt noch die Kaktier wegholen. So, beide weggeholt. Respawn und zum Glück jetzt... Ey, also ich verstehe die Leute nicht. Habt ihr nicht bemerkt, dass ich den weggeholt? Ich seid doch behindert, Leute. Die sehen, wie ich da hoch springe und die zwei Leute töte? Nee, die schießen erst mal die Verteidigung davor ab und springen dann beide nochmal rein. Wollen nicht. Der Teleporter bei dir eigentlich. Ja. Okay. Okay. Ich mach mal zu dir. Oh, da stehen da auch wieder drei Leute. Ich flipp aus. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt belebt ihr den doch noch wieder. Ach, Mann. Nee, tut er nicht. Oder doch hat er. Er hat den wiederbelebt, aber trotz hat er den. Schlimm mit den Leuten. So ein Shit, äh. Alter, wie weit dieses... Wie weit diese blöde Viecher ballern, äh. Wiedersehen. Wieder ein Kill kriegt hier. Hab ich gesehen, Schatzi. Und weg ist ab. Das ist so fies. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Von da oben, Mann. Das kann ja wohl nicht sein. Von vorne kommen zwei Erbsen. Ja, ich seh's gerade. Leute. Feiniges Stück da oben. Boah, ne, diese Erbsen. Ach, leck mich doch am Sack, Mann. Dieses... Ey, knarrst du. Ich hau mir in die Fresse gleich, Mann. Der geht mir böse auf die Nerven, Mann. Ohne Scheiß. Seitdem ich ein Gift erabsehe. Schloch. So. Boah, die stehen da... Ich wollte auch für die Waffen nehmen. Nehmen. So. Hat er echt so eine fette Reichweite? Geht das? Klar. Hm, okay. Ich geh doch, dass er so groß ist. Da sieht man auch mal wieder. Die konzentrieren dich viel zu sehr auf uns. Beziehungsweise nicht auf uns. Viel zu sehr auf den... Sauerbar. Als ein bisschen Schacht reingegangen hat, hat den mal eben in den Arsch getreten. Hm, hab's gesehen. Boah, stehen da viele hinten. Ich möchte jetzt einfach reinkicken. Danke. Klar, ein Wicht für dich. Oben rechts ist noch eine Drohne, pass auf. Ja, ja. Komm, ich hab' weggeholt. So, und die dazugehörige Kaktee muss ja auch noch irgendwo sein. Alter, kann ich die jetzt mal wegbekommen, bitte? Danke. So, wo ist die Kaktee hier? Ist die grad weggeflogen, oder? Könnte sein. Einen stehen noch zwei. Ah ja, da. Hinterm Schild, hinter diesem Boot wahrscheinlich. Ich hab' sie gar noch getroffen. Sie lebt noch, lebt noch, lebt noch alles. Das ist gut. So, na also. Dancing, dancing, dancing. Yeah. Ich hab' den Tackling drauf. Ja, komm, go, go. Folgt jetzt einfach mal. Oh, den man hier die Hölle heißt, den Kollegen. Jetzt reicht's, jetzt gibt's jetzt, wo schießt der hin? Ich möchte verarschen, ne, dieser Scheiß. Ist da. Oh, lol, Alter, ich treff von hier hinten aus die Dinger, ne? Ich treff von hier hinten aus die Kanone. Alter, wie? Hat der überhaupt eine Reichweite, der Typ? Der hat nur eine ähnliche Reichweite. Warte mal. Boah, ich versuch mal grad, die Kaktere denn zu treffen. Die Feuerkaktere? Ja. Ja, die hab' ich grad angezündet. Die Runde ist jetzt einfach schon wieder ne einzelne Folge, eigentlich. Ja, eigentlich schon. So nimm's so. Aber er meldet ja lange Runden, hab' ich gehört. Kleiner Wichser. So, aber die Kanonen sind noch am Arsch. So, ist weg. Hast du alle von da hinten jetzt weggeholt? Ja, klar, ich bin noch von da hinten weggeschossen. Wirklich eine unglaubliche Reichweite, der Kerl, muss man mal ehrlich sein. Oh. Ah, ja. Der schreibt mich Raffi wieder an, ey. Gut. Ich schreib dem Feuer extra noch. Bitte jetzt nicht mehr anschreiben, ich lebe jetzt auf. Dann schreibt er mich an, wie lange nimmst du noch auf. Ja. So lang wie's dauert. Ja. Versucht hab ich's zumindest. Das war mein berührter Drohentrick, ne? Nicht funktioniert leider, weil mich direkt einer abgeschossen hat. Ah, übrigens, wir haben's ja mal geschafft, dich da irgendwie hochzubacken, ne? Auf diese Veranda oder was auch immer das war. Diesen Vorsprung oben. Und man kann da auch als Fußsoldat hoch. Okay. Auch ohne Bug oder so weiter. Man kann, äh, also nicht wirklich da, wo du warst. Man kann auf so einen kleinen Vorsprung, der noch reell ist, einfach hochbringen. Rechts von dir ist eine, äh, Feuerkackte hier gewesen. Ja, bin ich tot. Wir werden grad ein bisschen platt gemacht, ne? Erbsenwerfer, Outlaw, hat jemand weder will weggeholt. I'm unterstützen you. Nein! Oh, warte, bin ich vielleicht noch gerätzt? Mal so jetzt aber nicht selber deswegen zu sterben. Ne, ne, ich hab' ja nicht abgeschossen. Oh, da ist ne Drohne, da ist ne Drohne. Warte, bling. Der hat mich halt knarrt, ne? Der geht mir so auf den Sack, der Typ. Meiner blöden Erbse da. Bolz Allstar. Ich hab, ich glaub, ich mach da gar gar nichts Raden, warum? Jetzt noch ein Lichtraden. Ich bin dieser, dieser Alknarzt, ne? Okay, ist gleich weg. Und weg. Egal. Ihr schafft, wir haben gewonnen. Sehr gut. Hat ja nur Stunden gedauert. Nur. Nur. Ja, Alter, das war jetzt echt ne eigene Runde. Das waren 23 Minuten noch. Na dann. Schwede, ey. Nicht schlecht. Ja gut. Gut. Die alte Schabracke ist tot, das ist das Wichtigste. Schabracke. Die Karte ist auch völlig falsch, ne? Siehst du das? Weil die steht ja eigentlich auf der Insel. Guck mal, und da steht die mitten auf dem Land. Also die Karte ist so gut. Die macht sich voll keine Mühe, ey. 29 Kills, erster. Aber auch nur mit den Punkten. Das ist ingenier, ey. Dieser Alknarzt, ne? Boah, der Typ gibt mir tierisch auf den... Erstmal das Volkernabfrage schicken. Ja gut. Ne, erstmal wegklicken. Ich öffne jetzt noch zwei Package. Braucht wieder neue Fasszombies. Natürlich. Den Mütz haben wir lange nicht mehr gebraucht. Ja. Ja. Immer wieder gern. So. Sehr gut. Und drei Steilaberspringer. Perfekt. Gut, dann war's das für heute. Standard. Wir bedanken uns für's Zuschauen. Schau doch beim nächsten Mal wieder ein. Und guck doch beim anderen Mal rein, wenn ihr wollt. Genau. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.